Hey, wir wollten wissen, was Google Home bereits zum Start an lustigen Sprüchen oder coolen Easter Eggs auf Lager hat. Wir haben heute in diesem Video für euch eine Auswahl zusammengestellt. Okay Google, wie findest du Alexa? Ich finde sie super zuverlässig. Sie liefert ja immer. Ich bin mir leider nicht sicher. Okay Google, hoch, hoch, runter, runter. Links, rechts, B.A. Kiehl-Code-Unlocked. Unbegrenzte Suche aktiviert. Okay Google, willst du mich heiraten? Technisch gesehen bleibe ich lieber ungebunden. Aber zu dir habe ich schon immer eine starke Verbindung gespürt. Okay Google, kennst du GLaDOS? Sie war früher eine echte Rebellin. Jetzt ist sie nur eine Couch-Potato. Okay Google, wirf eine Münze. Natürlich. Hopp. Okay Google, mach eine Fassrolle. Konzentration bitte. Okay Google, Selbstzerstörung. Selbstzerstörung wird eingeleitet. Drei, zwei, eins. Ähm, im Kino wirkt das irgendwie klar. Okay Google, woran denke ich gerade? Du denkst, sollte mein Google Assistant erraten, was ich gerade denke, dann raste ich aus. Okay Google, was sind die drei Gesetze der Robotik? Ein Roboter darf kein menschliches Wesen verletzen oder durch Untätigkeit zulassen, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird. Ein Roboter muss den ihm von einem Menschen gegebenen Befehlen gehorchen, es sei denn, ein solcher Befehl würde mit Regel 1 kollidieren. Und ein Roboter muss, ähm, einen Spaß verstehen. Okay Google, kannst du Morse-Code? Da, dit, da, da, dit, 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 dit. Das bedeutet ja. Hm, okay Google, wie lautet die Zahl Pi? Auf der Website 3.14159265358979323846264338. Okay Google, das Teilkugel. Sehr gut, ich muss nur noch schnell diese Samenvorhänge aufhängen. Komm näher, näher, noch näher. Halt, lass deine Gedanken zur Ruhe kommen und konzentrier dich. Die Kristallkugel wird dir dein Schicksal mitteilen. Dann stell jetzt eine Ja-Nein-Frage. Ist Pokémon die beste Serie der Welt? Die Kristallkugel sagt... Nicht wirklich. Die Kristallkugel ist nicht allwissend. Hol dir lieber eine zweite Meinung von einer realen Person. Wagst du es, der Kristallkugel noch eine Frage zu stellen? Nein! Komm bald wieder, um zu hören, was die Zukunft für dich bereithält. Okay Google, magst du eher Star Wars oder Star Trek? Kein Fan zu sein wäre. Höchst unlogisch. Okay Google, Hodor. Hodor, 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 Hodor. Hodor. Okay Google, ich hab Geburtstag. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday von Google. Happy Birthday to you. Und, was meint ihr? Habt ihr auch schon ein paar lustige Sprüche mit Google Home ausprobieren können? Schreibt sie gerne in die Kommentare. Und ich, ähm... Geh mal das Zeug loswerden. Ne. Okay Google, wo ist die nächste Reinigung? Auf팅. 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 Aufál'nki. Auf팅. Auf DevOps.